Richtig ja das ist ja dasselbe im prinzip na da kommt man da nicht mehr raus First big butcher Das fails doch natürlich Last big Li Ming Das ist gut das Li Ming jetzt nicht mehr in jedem Wieder auferstehen Ok was mache ich jetzt? Na Kali ist auch so ein Opfer ne Was soll ich nehmen? Na warten wir erstmal noch Was soll noch für Assassin? Ich habe alle Na ja boah Wie du? Gut kannst Kali Ja Kali Aber der ist halt auch so ein richtiges Opfer für Graumähne ne Ja Ah ich weiß nicht Ah ich weiß nicht Ich bin jetzt Diablo Ja falls nicht könnten wir auch noch Masral Diablo machen ne Ja falls nicht könnten wir auch noch Masral Diablo machen ne Oh ist ja gebannt Hä wir haben doch schon sind die was ist das wir haben Rega Ja Ja dann nimm Masral Ok Ö äh Lasst uns ne Runde fliegen. Möge Elun uns Stärke gewähren. Ich bin bereit. Rolled. Ja. Ja. Roll 100, kennst du das nicht? Würfeln. Sie rollt. Du wirst toll schreiben, oder? Ja. Ey, guck mal, wir spielen nur mit 4ern und 5ern zusammen, was ist denn hier kaputt? Alter. Die sind die Bobs der Runde. Ja, ist doch cool. Sind wir mal die Noobs? Action. Klar, und wie kommt das schon wieder zustande, ey? Der Malf und der... Ja, gut. Im Durchschnitt... 4,5. Ich mein, es passt ja, die haben ja auch Lunara Stitches, die auch... Ja. Wir halten euch auf den Kampf vor, Helden. Dann für... Alter, die haben ja nur Auto-Attacker, muss ich ja blocken nehmen. Ja, ich bin auch gerade am überlegen, ob ich blocken nehmen soll. Würde ich machen. Ja. Habe ich aber mit Thrill noch nie gemacht. Aber mach ich's mal. So, unsere Waller ist gemutet. Ja, ich geh mal Top-Lane, ne? Mit Ehre. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Lass den Kampf beginnen. Ja. Ja. Ach, wir haben ein Zagara. Das war mir nicht so groß. Wir haben eigentlich ein super Team, ne? Ja. Raffiniert. Raumin ist Top, mit der komme ich aber einigermaßen klar gerade. Ich weiß nicht, ob die sich einen Gefallen getan haben mit so vielen Auto-Attackern. Alles klar. Alles klar. Ich hab ja noch einen Pool, ich bin fast voll. Ich hab doch als nur noch mit von der clarke K Paste extrem bezelt. Wer sind Zhän direkt angekommen? Ja. Hui? Nie nicht to Orten sind das und Oste. Klar ist genug. Gut ist, Ihr gesように. Nein, wir kommen nicht mehr rein, nein Next Gift Nein, Zagar ist unten geblieben, halt auf, halt auf Ich muss mich zurückziehen Ja, das habe ich mir auch gedacht, hätte ja sagen können, dass er da unten bleibt, ne? Ja Bessen muss ich mich da aufwagern Ich bin eurer lächerlichen Streitereien überdrüssig Zollt mir Tribunerstand und erringt meine Geunst Oh, nice Hook Klingelt trotzdem nicht, ne? Soll ich es mal tappen? Versuchen? Ja, ja Ja, komm, töte Hm, getötet Euer Fieser Ja Graumin erraptet mich Das war aber brutal Ich muss mich zurückziehen Gut getötet Alter Gut gemacht Hm Ich bin echt nicht Ich hab deine Feind Ich habe die Schwerpunkte Not Du hast eine Schwerpunkte Du hast dich Du hast mich Du hast dich Alter, okay, lol Mal nach oben Das war gerade krass Ich wollte gerade schon über die Waller meckern Was bleibt die da drinnen? Drei Leute Na gut, das war ein schlechter Zeitpunkt jetzt zu sterben Ja, dafür haben wir mal einen Fallstart gekillt Aber ja Jupp, da hat die Zagara gefeadet Doppelkill Oh, ich muss laufen Ah Doppelkill Also mein Thundering ist leider raus, damit habe ich die 2 gekillt gerade Boah, ist das ein Glückspilz, Junge, ey Raffiniert oh fuck ass toad Alter, was ist da los? Fuck Der Waller war greedy Ich musste alles raushauen Ich habe ihn doch nicht gekriegt, super geil Ich habe ihn doch nicht Ich habe ihn doch echt Jaaa 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 Yo Ich hab' schon bereit Sobald ich die Gelegenheit hab und 2-3 Leute treffe oder mehr Nein Der Depp ey Wird ja auch so gepasst Aber hast du gesehen, dann ist der Kaffee getroffen eigentlich und dann kam die Moor Ja Deine Ulti war damit leider nutzlos, dein Team Also komplett nutzlos Das hat die Zagara natürlich trotzdem gut genutzt ne, Sundering, alle gestunt So dicht beieinander Das war aber brutal Nice Aber was geht, warum sterben auf einmal wieder alle Jetzt können wir deren Boss vielleicht auch noch klauen ne Elemente leitet Wohin ist ein Rega eigentlich gestorben Keine Ahnung Ich glaub der war da vorne bei dem Gebäude am Puschen Oh der macht gleich nen Gast da rein ne Da musst du aufpassen Hat der das Ding geskillt? Ja ja, hat er geskillt Also stell dich ein bisschen nach rechts, sodass der Gast sich vielleicht nicht retten kann Das hat er schlecht gemacht Krasse Big Place Was geht durch? Was geht durch? Ich mach mal unser Yeezy auf unserer Seite ich musste eh einen porter back machen Sollte mir Tribut oder Ja, die Wahl Alter, wollen wir echt noch darum kämpfen? Ja, okay, ich komm Voll zu spät Mach mal um so hart Nicht deffen? Was willst du deffen? Ja, die Möpse rennen uns doch schon die Bude ein im Curse, oder nicht? Verstanden Ja gut, okay, die sind alle unten, ja, dann deffen wir oben Die Standardviecher, die machen das ja schon kaputt Und zwar auch scheiße, es ist mir Allerdings, ich schaff's auch nicht, geh trotzdem down Jetzt Hast du die Ulti noch? Jo Nur falls dich ne Gelegenheit ergibt War auch nicht so scharf drauf da zu viert rein zu pushen, gucken wir mal War dein Vision Point? Die werden jetzt gleich eh mitte deffen ne War eigentlich ein guter Zeitpunkt da rein zu engagen aber Noch 20 Alle oben Vision Point nehmen und dann von hinten rein oder was? Ja genau, nimm den mal alleine Dann denken die, oh ja Diablo Ja da kommen sie Ja komm fight Ja da sind mir wohlgesonnen Raffiniert Drei Die Fucker Die Fucker Die Fucker Das war richtig Jupp Ah, der gute alte Thrall, der läuft noch, ne? Ja Das kann man finishen, wa? Sieg Ja, wie gesagt, ich glaube es war ein Fehler, dass sie so viele Autotacker genommen haben Ja, dazu einfach Counterbar irgendwie Ja 7-0 Boah, die Waller hat auch 11 Leute abgeholt, krass Bin mir gar nicht so bewusst, was hat denn die geskillt? Und das Geschwindigkeit, ah ok, Auto Attack, ja Disziplin